jo liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play 4 wir machen weiter und wollen natürlich hier mal schauen was der gute langinos für uns hat soll ich entsen und du antwortest und sagst hier bin ich entsende mich deine hängabe erfreut mich sehr aber den herrn erfreut sie noch mehr wir haben noch ein verlorenes scharf finde es es finden ihm folgen die diamanten holen und zu dir bringen mit der macht aus dem mund von kindern lässt du den ich habe sein ist das das wort gottes kommt nicht immerhin von psalmen versen so bist du hin ein hoher preis erreichen den aussichtspunkt müssen wir denn dahin in normalen oder wird naja ich fliege einfach hin da ich habe euch ja gesagt dass wir wieder ein bisschen mehr auppen ist und jetzt mal wir haben jetzt in den ganzen die die ganzen nebenaufgaben fertig also die außenposten und so gut ach da steht schon wieder ein gyrocopter ein schmuggler nähert sich lässt sich nicht entdecken also und und es Das war's. Das war's. Das war's. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. So, das ist der Aurek. Sehr gut. Irgendein Schlüssel betrifft das Gewölbe. Hier muss ich nicht rein. Hier muss ich hin. Nimm den Büh. Oh, Entschuldigung. Schatze, Schatze! Du bist tot! Was ist das? Ich zeige es Ihnen! Findet ihn und folgen ihn! So. Du, Diamant gefunden. Du, Diamant gefunden. Du, Diamant gefunden. Was ist das? So, jetzt bin ich mit dem... Ich hatte die jetzt mit dem... So... Und damit haben wir die Aufgabe für den guten Longinus erledigt. Erledigt. Kamerl 5 fast. Wir haben noch eine weitere Longinus-Aufgabe, die ist hier vorne. Dann hätte man die letzte. Also wie gesagt, das wird alles, deswegen würde ich gleich auf die Laufung wieder schön empfangen. Jetzt gebe ich rein und dann... Okay. Dann würde ich sagen... Ach, ihr müsst erst mal die Überdosis-Spritze machen. Dann nehmen wir das nach uns auf. Gut. Ich würde sagen, wir machen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, liebe Leute. Dann geht es weiter mit... Let's play! Far Cry 4 und wir machen dann weiter. Ja, mit dem nächsten Longinus-Teil. Dann haben wir das auch weg. Ich glaube, dann haben wir so mal, ne? Ja, genau. Einmal noch Longinus. Dann haben wir das Finale. Shangri-La brauchen wir noch drei Dinger. Also wir brauchen noch dreimal Shangri-La. Das machen wir noch. Einmal Jogi, einmal Longinus. Dann haben wir das auch weg. Dann ziehen wir die Kampagnen-Mission durch. Dann werden wir dabei auch wahrscheinlich die beiden Festungen machen. Ich nehme mal die zwei. Ja, dann die beiden Festungen dabei. Und dann haben wir es eigentlich fast auch durch. Ein bisschen haben wir noch zu tun. Aber wir kriegen das schon noch ein. Ich bin voraus heute. Wir sehen uns wieder morgen um 16 Uhr. Tschüss.